Ich bin in jeglicher Form vollkommen. Natürlich! Ich bin in jeglicher Form. Naja. Ups, weiß nicht. Aber wir reden ja nicht und reden kann dazu, nicht wahr? Komm, wir machen mal was Schönes. Zusammen? Ja, zusammen. Der Rentner Arvin Lindemann sitzt im Lehnstuhl. Lindemann, der ist von Rammstein. Ja, haha. Und der sitzt im Lehnstuhl. Nein, das bescheidene Wuppern kann ich gar nicht mehr sehen. Das ist schade. Der Wein muss alle. Nein. Nein, das geht doch nicht. Wir fangen doch gerade erst an. Ach, eben war es noch ein Korsischer, oder? Ist doch scheißegal, wie die Pisse eisig. YouTube. Also. Frohe Weihnachten. Der Rentner Arvin Lindemann sitzt im Lehnstuhl seines bescheidenen Wohnzimmers. Den größten Teil des Raumes nimmt dein Fernsehteam ein. Kamera, Scheinwaffe und Mikrofon sind auf Linie. Bist du die Kamera oder bist du der Regisseur? Oder willst du gerne der Schulmeister sein? Oder möchtest du vielleicht lieber... Ist mir egal. Gut. Ich bin nicht der Kameran. Bitte sehr. Gib noch was drauf. Ah, ein bisschen Licht noch hier. Stopp. Also, Herr Lindemann. Sie wissen ja, um was es sich handelt. Ein kleiner Film für den Kulturbericht der Abendschau. Sie sagen uns kurz, wie Sie heißen. Lindemann. Richtig. Und, dass Sie 500.000 D-Mark im Lotto gewonnen haben. Ja. Und was Sie damit machen wollen. Natürlich. Ohne Kamera. Ja, ja. Bitte sehr. Ja. Also, dass ich Erwin Lindemann heiße. Äh, im ganzen Satz, bitte. Ich heiße Erwin Lindemann. Ja. Ich heiße Erwin Lindemann. Bin Rentner und 66 Jahre. Mit meinem Lottogewinn von 500.000 D-Mark mache ich erstmal eine Reise nach Island. Ja. Dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom. Ja. Und im Herbst eröffne ich dann in Wuppertal eine Herrenboutique. Genauso. Können wir. Wir können. Ton ab. Oh leih. Kameramann. Klappe. Kamera Assis. Sagt er, wir wären ja die Erste. Schläge Klappe. Hä? Lindemann erschrickt. Regisseur. Bitte, Herr Lindemann. Genau wie eben. Und ganz entspannt. Ja. Ich heiße Erwin Lindemann. Mit Rentner. 66 Jahre. Und mit meinem Lottogewinn von 500.000 D-Mark. aus. Das geht mit dem Licht nicht so. Ach. Ähm. Geh mal mit dem Halb-KW noch weiter rüber. Ja, warte mal. Mh. 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 Noch einmal, Herr Lindemann. Natürlich. Ganz locker. Ja. Ton läuft. Klappe. Lotto gewinne die Tränen. Ich heiße Arvin Lindemann, bin Rentner, 66 Jahre und... und... und ein Lottogewinn von 500.000 Mark. Erstmal mache ich mit meiner Wuppa, äh, mit meiner Tochter eine Reise nach Wuppertal und eröffne dann in, äh, Island eine Her... Was denn? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ja, aber... Aber Sie planten doch erst eine Reise nach Island, nicht wahr? Ja, ja. Und dann mit Ihren Fräulein und Tochter nach Rom zur Papstaudienz und im Herbst eröffnen Sie eine Hergenboutique in Wuppertal. Jawohl. Na, dann erzählen Sie das so einfach. Ja. Nicht? Natürlich. Ja, also neue Klappe. Ton läuft. Klappe. Lotto die vierte. Bitte? Ich heiße Erwin Lotto. Aus! Was denn? Wie heißen Sie? Lottermann, äh, Lindemann. Bitte, neue Klappe. Lotto die fünfte. Bitte. Ich heiße Lindemann, bin seit 66 Jahren Rentner Aus! Und habe 500.000 Mark gemacht mit meiner Tochter in Wuppertal. Nee. Herr Lindemann! Jetzt weiß ich. Klappe! Lotto die sechste. Bitte. Ich heiße Erwin. Halt! Äh, Mikro im Bild. Da ist weiter. Ohne Klappe. Scheißegal. Wir haben noch fünf Meter. Bitte. Ich heiße, äh, na, äh, Erwin. Ich heiße Erwin und bin Rentner und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 D-Mark und im Herbst eröffne ich dann mit dem Papst und meiner Tochter eine Herren-Boutique in Wuppertal. Danke, das war's.